Gute Sterbe wieder. Wunderbar. Aufnahme läuft. Ach nee, Färbomensch. Da fallen die Klima fährt hier bestimmt rum. Er hätte ja auch mal wenden können, ne? Ein Zuhörer, das hab ich mir ja eigentlich wieder interessiert, dass ich mit der Base fahre. Da kommt ein Baum auf uns zu. Aber nein, du musst mich ja wieder ignorieren. Alter, du kommst da nie hoch. Ich komm da hoch. Ich wär ja auch bergab gestartet. In einem schlimmsten Fall kann ich hier einfach drehen. Willkommen bei dem ersten Flugmanöver. Den Starten. Oh, da kommt ein Hupen. Ach du Scheiße. Okay, das wird jetzt sehr lustig. Ja. Dann mach ich mal Richtung Flugfeld, wa? Ja. Wir fahren den erstmal bis den Fahrdorf. Sonst passiert das Lendenfall. Ja. Lieber, ich stehe zu präsen. Warum? Ich komm jetzt zum Airfield. Oh, wir verlieren an Geschwindigkeit. Oh nein, jetzt fängt das schon wieder an. Ja, ich ändere mal ein bisschen den Winkel. Keine Sorge. Wo fliegst du dann drüben beim Airfield? Mit ich? Ich lande beim Airfield. Ach, du landest beim Airfield. Also du hast zumindest wo zu landen? Ich lande, ich lande. Foundier. Moment, ich muss auch kurz den Schluck trinken. Ja, es ist auch wieder hin, an. Eysten, ich lande, ich lande, ich lande. Ich trinkt nicht, trinkt, nicht, trinkt, beflogen besser. Bäume kommen ja, ja. Ach, die da unten? Ja, also viele, viele Bäume. Die Bäume meinst du? Wir können eigentlich schon wieder anfangen zu drosseln, ich meine wir sind ja fast da. Zu dröffeln? Denk dran, du wolltest noch einen Schraub und eine 360a-Drehung. Da muss ich für. Dann müssen wir mehr voraus Airfield anfliegen, aber das kriegen wir auch hin. Kleine Sache. Oh mein Gott, die werden alle sterben. Ja. Wo bist du gestorben, Ferro? An der 2 Parade. Frag mal schnell Wolli, ob der dich abholen kann und hochfliegen kann. Dann passe ich hier noch auf deine Leiche auf. Oh mein Gott, das geht so schief, dein Ding. Ich hoffe, sie haben mich gerade nicht so angenommen. Schatzi. Hey, cool, ich bin zu kraftan, weil... Reefreste auseinander. Boom. Boah. Sag jetzt die Schraube nicht. Ja, die kommt danach. Oh, warum sind wir eigentlich so hoch geflogen? Wir haben kaum eine Höhe verloren. Vielleicht 500 Sachen oder so. Wie hoch sind die? 722. 722 momentan. Oh, weil der Schraube muss ich ein bisschen zurückziehen. So, jetzt sind wir noch auf 5 km heute. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen schiefst du sehen. Den kann ich endlich nicht. So, wir sind jetzt weit genug vom FFG, dass wir wieder trägen könnten. Super. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist Respekt. Danke. Rodoro, Starizobo und so. Jetzt aber einen ganz betrillten Landantrug. Das ist ein Manöver, was man auch nicht unbedingt mit diesem Flugzeug machen sollte. Wir sind übrigens auch viel zu hoch. Ja, du bist der Pilot. Und jetzt kommt ein Luftloch. Ich sollte vielleicht doch mal ein bisschen drosseln hier. Wie nennt man das jetzt? Blau R-Line oder Suff R-Line? Hey, ich habe erst 3 Stück genommen. Oh, ich bin viel zu langsam. Shit. Ich bin gerade am Ausfahren. Und du bist gerade ein Heck aufgeschlagen. Oh, passiert. Und ich habe gerade etwas verloren. Äh, ist es normal, dass unsere linke Flügel weg ist? Ja, ja, alles okay. Ist normal. Könntest du bitte umkriegen. Ich habe gerade noch mal eine Axt verloren. Hey, ich starb. Wieso meine Axt? Bring doch einfach raus. Ich meine, wir sind doch nicht so schnell. Nimm das so. Ich bin bisher zweimal aus dem Fahrrad auf ein Auto ausgestiegen. Und dabei zweimal verreckt. Wenn du hier in dem Flugzeug aussteckst, dann musst du jetzt kommen. Oh. Entferne dich schnell. Ich gebe nämlich gleich Gas. Mit V musst du wieder ausspringen. Moment, zwei Sekunden. Hopp, 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 hopp. Oh, ich habe Gas. Oh, das Ding hat ja eine Gier. Jetzt mach hinne. Ich gebe gleich Gas. Dann stirbst du wahrscheinlich. Äh, mit V. Ja, hinten aus dem Heck raus. Äh. Nein, ich bin nur noch drin. Oh, wieso bist du... Wo bist du hin? Hacker, 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 Hacker. Melanie? Ja, das war's dann. Wo bist du hin? Die wird gleich aus dem Handy raus springen. Nein, nein, die... Wenn die so gekickt wurde, dann steht sie gleich einfach am Boden. So, jetzt kann ich da auch. Hopp, hopp. Warum willst du jetzt rein? Kann man alles gefunden? Hallo? Kölge. Oh, ey, du bist ein Spartaner. Das ist weltbar. Oh, passe ich da hinten überhaupt durch? Ich lass es nicht mehr. Das ist weltbar. Nein, weltbar. Wenn du EVE Online spielst, sagst du lieber weltbar. Ne. Ferro, hüll dich jetzt nur jemand ab. Ich laufe. Oh, ist die Stelle ernst. Also, wenn du eine Stelle findest, wo ich genug Platz zum Landen habe, hol ich dich. Klar. Wieso, du machst mit den Dingen auch genug Platz? Ich hab jetzt erst noch die Faxen. Ich guck mal, was noch sein kann. Schon wieder raus geflogen aus dem Spiel. Ich hab dich noch mal korrupt Fehler. Ja, du hattest, du hattest wieder korrupt. Da, da. Den Dreier? Ja. Alles klar. Ja, dann am besten gleich eine Angel schnappen, rausschwerfen und wir zurück in hier. Wo bist du ungefähr, Ferro? Ich hab keine Ahnung. Wo bist du gestattet? Von Kamenka. Von Kamenka.